Ich weiß einer exakt wo der Hauptspawn ist. Samen rein, Samen raus, der Alex ist ne süße Maus. Der war echt schön da oben. Der war ekelhaft. Geht voll ab, Alter. Wir missen hier schöne Knochenmehl, Alter. Knochenmehl? Ja. Oh mein Gott, der Spawner ist ja wirklich zu nem Hauptspawn. Ah ne, haben wir keins mehr. Knochenmehl haben wir alles eingesetzt. Richtig schön sieht das da oben aus, ne? Von wegen Haus. Also, ich zitiere mal Nils, kann man das endlich mal in die Luft jagen? Ja, ist so. Ja, können wir! Also, Moment. Das Haus ist doch eh zu über 70% aus Stein. Also ich hab jetzt vier Unsichtbarkeitstränke, ne? So, so. Ne? Falls wir alle unsichtbar angreifen wollen. Also es wird grad Tag, also wär eigentlich passt perfekt zum Noskel. Du vergisst nur Nico, dass, äh, wenn du Unsichtbarkeitstrank hast, aber ne Rüstung an, dann sieht man ne Rüstung. Deswegen nehm ich auch keine Rüstung mit. Ich battle mich ohne Rüstung. Ähm, wie komme ich jetzt trotzdem zu euch rüber, ohne dass ich die Brücke nutze? Schwimmen. 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 Sterben. Wie früher. Moment, hab ich Stein? Nein. Wie früher im Kalten Krieg. Also ich nehm einfach, ähm, Unsichtbarkeitstränke für uns alle mit, okay? Hi. Hey. Oder wollt ihr, wollt ihr, wollt ihr, ne? Wollt ihr jetzt mit oder ohne kämpfen? Äh, warte, wollt ihr unsichtbar... Ach, egal. Egal. Ohh, hele Musik die gerade läuft, die und ich sollten mir eigentlich echt laufen lassen für den Kampf. ним itadadadamn DITDIDEDED Kennst du die Schicksalssinfonie von Beethoven? Nein. Ich kann einsch Ärzte. Und einer minimalen Remakesse-Version so.... dadadadaaaaaaa dadadadaaaaa ihr dadadaa dadadadada Niko, kommst du? Ey, wart ihr mal in meinem Haus? Und warum ist Can nicht mehr da? Achso, sein Vater stresst. Sein Vater stresst. Sein Schatzi. Seid ihr gleich da? Ja, ich hol grad noch Hütchen. Also, ich bin jetzt bei euch. Und ich muss schon sagen, ich hab's echt gut hingepackt und Julian... Oh, Can's Haus. Oh mein Gott, Can's Haus. Oh mein Gott, Can's Haus. Können wir das einfach in die Luft jagen? Das sieht so hässlich aus, ne? Ja, unser Lager. Ich mein, Kubi und meins sehen total geil aus. Die Lager auch. Ja, hier haben wir schon Boote hingestellt. Achso. Ich brauch echt einen Inder-Architekten von euch. Boah, Alter, ihr nippt mir jetzt die ganze Zeit weg, ich hätte fahren können. Ihr habt das irgendwie so mit den Caps-Log, oder? Wir müssen uns doch rächen, Niko. Ja, ich nicht. Los, komm, Boote. Kommt, diese 10 Minuten kannst du überziehen. Jetzt muss ich da echt lang laufen, ne? Ja, ich will die jetzt noch finden und die töten, ohne Witz. Zu euch, ne? Nächste Woche ist so der Flow nicht mehr drin. Ba 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 da da. Ja, geil, nächste Woche ist so der Lager ausgedampft. Hier in die Richtung. Was? Warte, wir müssen noch auf Niko warten. Stimmt. Nächste Woche ist so ausgedampft, ne? Ja. Na gut, hat eben gesagt, ich geh auf den Sack. Voll geil. Mal gucken, ob man die finden, ohne Spaß. Sind die einfach nicht bei ihrem Turm da oben? Nein, nein, nein. Die sind umgezogen, komplett. Die sind ständig seit Anfang an hier an uns vorbeigefahren. Ja. Feuchtes Ende, schlaffe Brücke. John hat schon immer gefragt, dass er will die töten. Ist das normal, dass da unten so ein paar Säulen im Wasser sind? What the fuck? Stimmt, ich seh's auch. Lol. Na? Na? Geht mal runter. Das sind Luftblasen. Wieso sind hier Luftblasen? Also ich bin's beim Dorf. Ja, stimmt. Keine Ahnung. Achso, weil hier vielleicht Kies runtergerutscht ist. Dann ist es ein echt schlechter Spawn gewesen. Wo seid denn hier? Oh, was ist das Schiff? Wo seid denn hier? Moment, ich hol ihn schnell. Auf unserer Insel beim Lager. Moment, ich hol ihn schnell. Ich hab eh ein paar Boote. Ich bring Brot, äh, Nico. Ich hoffe, du hast Brote dabei, oder? Ja, ich hab Hühnchen dabei. Ich hab Boote dabei, du hast Brote. Ich hab Hühnchen. Ja, das geht auch. Hühnchen! Ähm, Nico, wenn du grad beim Spawn bist, schau mal kurz bei dir ihre Monsterfalle oben rein. Du, da ist nichts, ich war da, wie gesagt, schon. Da ist nichts, überhaupt nichts. Oh mein Gott, ein Hühnchen! Oh mein Gott, ich muss bremsen! Nico, komm mal, jetzt, wir haben keine Zeit mehr. Ja, ich weiß nämlich nicht mehr. Ich weiß, ich weiß nicht, ich... Oh, scheiße, ein Hühnchen hat mein Boot kaputt. Mal, tut er sich noch ein paar weiter ab. Was ist das hier, bitte, was ist hier passiert? Wo muss ich denn lang ab dem Spawn nochmal? Nico, Richtung Monster, geh mal Richtung Monster-Spawner von denen. Geh mal Richtung Monster-Spawner von denen, bitte. Was ist denn der? Dann lass, äh, zock Alex. Das ist das große, klotzige Gebäude da oben, das total ekelhaft ausspricht, das Nils unbedingt sprengen will. Alter, ich bin das bei dem Dorf. Und geh dann Richtung, äh, Farben von denen. Hä, wo soll der Monster-Spawner vom Dorf aus sein? Nein, Boot! Nein, 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 nein! Ach, gut, alter, alter. Ernsthaft, welche Position seid ihr? Am Spawn würdest du den sehen. Ich hol ihn schon. Ich bin jetzt... Ja, genau, einfach Position. X11 und Z555. Da ist ein schwarzes Pferd! Nico, hier drüben! Ah, jetzt... Jetzt seh ich dich, jetzt seh ich dich. Komm. Na, jetzt komm doch bitte erst mal. Ach, da. Komm, hierher, komm hier. Alex. Achso. Komm, hutsch. Pickt doch jetzt erstmal das Schwert Haha, ist so klug, dass ich mir direkt 4 gemacht habe als Reserve Und falls ja, keinen Squid an Das wäre unfair Dann ist das Boot kaputt Alter, was sind das für ein Ding in der Luft Da sind Holzblöcke in der Luft Frag ich mich auch, was die da sollen What the fuck Ich muss sagen, Wasserweg plus Boot ist echt schneller geworden Haben die da irgendwas gemacht irgendwie? Du kannst rennen im Wasser Oder nicht im Boot Doch, im Boot kannst du rennen Loll, stimmt, Alter Oh, mega Okay, Nico, du hast ein Boot, ja? Ja, ich komme herangefahren Ratet, danke dem Sieht voll geil aus, unsere Insel Sprinten auf Steuerung Fertisch Dann fahren wir mal, bis wir irgendwann an den Festland kommen Das ist erstmal das Wahrscheinlichste Ist das geil, Alter Ich komme nach Lichtgeschwindigkeit Ja, genau, lass mal sprinten Ich mach die ganze Zeit schon Was schön ist, wir brauchen keine Wunder Alter, meine... Da ist ein Boot im Wasser Ja, da ist ein Boot Das wird wahrscheinlich abgetrifftet sein von irgendwo Ich sehe Land Und von da ist das Boot 100% abgetrifftet Ja, hier bauen die Hier bauen die Oder? Nee, ich sehe nichts Wir kamen uns drum, weil wir zerraxen Laufen wir hier? Ja, ab hier laufen wir Okay, dann... Ja, hier ist eine XP-Kugel, die müssen hier gewesen sein Und nicht allzu lange Zeit In einem unsichtbaren Land Okay, dann los Attacke In einer weiten, fernten Zeit Das ist ein bisschen was vermischt, oder? Kubi, irgendwas wird immer noch hinter euch Nee, ich rage jetzt, Alter, ich mach alles von denen in den Boden gleich, ohne Spaß Deine Mutter heißt jetzt mit Nachnamen Maja Geht uns... Maja, mein Lieben Maja Oh mein Gott, hier ist ein Ram-Up, Ram-Up Hä? Ram-Up kenne ich eigentlich nur von Hexet Äh, Skelett drauf Ich bin Reiter Ram-Up Also ich lauf um den Berg herum Die Insel ist ja echt voll geil eigentlich Also von hier sehe ich nichts Nee Kann auch sein, dass du unterirdisch gut bist Gebaut haben Kann natürlich auch sein Höchstwahrscheinlich Ja Ähm, hat einer von euch zufällig so irgendwelche Fähigkeiten, wo du immer die sehen könnte? Mit irgendwelchen... Hallo? Hallo? Ich könnte theoretisch... Ich hab Adleraugen Mach an! Ja, wir locken sie aus ihren Löchern, Alter Ach so Ja Wir kommen dann in die nächste Insel schon Komm, eine grobe Richtung brauchen wir Wir brauchen eine grobe Richtung Wir wissen echt überhaupt nicht, wo die sein könnten Wir wissen eben nur, wo die Richtung, wo sie nur mit dem Boot hin sind Kann auch sein, dass sie dann später irgendwann abgedriftet sind Nach rechts Das kann natürlich auch sein Deswegen wäre so eine grobe Richtung nicht schlecht Und das Ding, da war eben ein Boot und wie gesagt eine XP-Kugel Also die müssen hier erst gewesen sein Hm Versuchen wir am besten mal die Insel nach irgendwelchen Eingängen vielleicht noch Die Olle Biene, Maia Da hinten könnte was sein Guck mal, die hatten immer Tropensetzlinge doch dabei Stimmt In Tropen, in Tropen Lass die ganzen Wald abfackeln Im Hardcore brennt der ganze Wald ab Yo Ich hab Feuerzeug, lass abfackeln Lass das machen Den ganzen scheiß Wald, Alter Oh geil Einfach Feuer zünden Das wird ein Feuerchen Da ist ein Crafting-Table Ja, das ist ein Crafting-Table Ja, ich seh ihn Ja, die seh ihn hier 100% 100% Ich war's ja auch ein Hinweis mit den Tropenbäumen Gut, mach's mal so Den nehm ich sonst auch nicht abfackeln Mach's mal einen Warnschuss Ich schieße auch einen Pfeil mitten in die Luft rein So So, alles abfackeln Den im Pfeil gesehen Ah, als wäre Happys Bogen so schön Oder hat er Ne, der hat seine Angel verzaubert gehabt, oder? Weil er hat einen Enchant-Table angelt Wartet auf mich Okay, der Wald brennt Ja, hier ist Feld, hier ist Feld Hier geht's rein Wo, 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 wo? Hier ist ein scheiß Weg, glaube ich Oh scheiße, der Wald brennt Ja, lass den brennen Wieso brennt der Wald? Warte, ich spreng's Feld in die Luft Magie Pulver Alter Lauf da nicht lang Lauf da nicht lang Lauf da nicht lang Oh, scheiße, ich brenne, Leute Geh da ins Wasser Hier ist Wasser, ja Geh, wir gehen da rein, wir gehen da rein Los, sturm das Ding Sag Bescheid, wenn du TNT zündest Ähm Wenn ich hinten bin Nico, mach uns unsichtbar Ich hab keine Tränke Ja, da, da, da ist ein Name, da ist ein Name Ich seh, ich hab keine Tränke dabei Ich spreng hier Achtung Im Lager Es ist kein Creafing, es ist ne Höhle Hä, na, zudem haben die bei uns auch gecreafed Und ne, Rache einfach Alex, ligg's zurück Alex, ligg's zurück Äh, okay Warte, ich zünd noch ein bisschen Wald an Soll ich die töten gehen? Kill die Alex, ligg's zurück Wir haben damit nichts Mach irgendwo ein Loch hin, dass ich alles rauswerfen kann Lass die klatschen Wenn nicht, plant die Kiste neu und mach's nochmal rein Ja, jetzt seid am Arsch Alter, was soll die Scheiß, ihr habt keinerlei Beweise Doch, da haben wir Wir sind mit Nico ganz netten ein Wir haben genug Beweise Yo Welche Beweise habt ihr? Dass ihr umgezogen seid Ja und? Ähm Ist halt umgezogen Deswegen brennt ihr euer Haus ab Ja, fliegt das ganze Zeug in die Kiste Ja, mach ich, mach ich Wir haben euer Haus nicht angerührt Aber unsere Bröcke Unsere Bröcke Wir haben nichts abgefackelt, außer unser eigenes Haus Die hat, die ist komplett abgebrannt Die Brücke Da war keinerlei Verbindung Die ist komplett abgebrannt Kann ich nichts dafür Doch Die Kiste ist voll, das glaub ich nicht, oder? Lol, what the fuck, was ist das denn? Ah, pausiert Kleinen Moment Klar Hallo Leute Achso, ja Okay Gut, Leute Ich hab'n Disconnect Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss